Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Anticoagulantien. Die Blutstillung erfolgt in zwei verschiedenen Phasen. Zu Beginn kommt es zur primären Hämostase, also zur Thrombozytenaggregation. Die Thrombozyten lagern sich an das subendotheliale Kollagen an und verstopfen die Blutungsstelle. Medikamente, die hier ansetzen, nennt man Thrombozytenaggregationshemmer. In der zweiten Phase, der sekundären Hämostase, bildet sich ein Fibringerinnsel um diese Thrombozyten und führt zu einer weiteren Verstopfung der Blutungsstelle. Medikamente, die hier eingreifen, bezeichnet man als Anticoagulantien. In diesem Video wird es hauptsächlich um die pharmakologische Beeinflussung der sekundären Hämostase, also um Anticoagulantien, gehen. Um diese genauer zu verstehen, betrachten wir zuerst den physiologischen Ablauf der sekundären Hämostase. Das Ziel der sekundären Hämostase ist die Bildung eines stabilen Gerinnsels. Dieses Gerinnsel besteht aus Thrombozyten und Fibrin, wie wir eben schon gesehen haben. Da sich in diesem Netzwerk folgende Erythrozyten verfangen, wird es auch als roter Thrombus bezeichnet. Fibrin ist unlöslich und kann verknüpft mit anderen Fibrinmonomeren ein Fibrinnetzwerk bilden. Fibrin wird letztendlich durch bestimmte Gerinnungsfaktoren aus dem unlöslichen Fibrinogen hergestellt. Damit es zur Bildung von Fibrin aus Fibrinogen kommen kann, müssen verschiedene Gerinnungsfaktoren im Rahmen einer Gerinnungskaskade aktiviert werden. Schauen wir uns nun diese Gerinnungskaskade etwas genauer an. Die Gerinnungskaskade kann einmal in einen extrinsischen und in einen intrinsischen Weg unterteilt werden und in eine gemeinsame Endstrecke, die aus der Bildung von diesen beiden Wegen resultiert. Am Ende von dieser gemeinsamen Endstrecke steht die Verknüpfung von zwei verschiedenen Fibrinmonomeren. Betrachten wir nun den extrinsischen Weg etwas genauer. Zu Beginn kommt es zu einer Gefäßverletzung und zu einer Freilegung des sogenannten Tissuefaktors. Tissuefaktor ist ein Transmembranprotein, das am endothelialen freigelegten Kollagen haftet. An diesen Tissuefaktor kann nun der Faktor 7 binden und wird somit aktiviert und zum Faktor 7a. A steht für aktiviert. Zusätzlich kommt es zu einer Bindung von Faktor 3 und Faktor 7a über Calcium an die Phospholipide der Thrombozyten. Dieser Komplex aus Faktor 7a, 3, Calcium und Thrombozyten wird auch als extrinsische Tenase bezeichnet. Tenase, weil Ten den Faktor 10 aktiviert. Betrachten wir nun den Ablauf des intrinsischen Weges. Der intrinsische Weg beginnt mit der Aktivierung von Faktor 12 zu 12a durch Kollagen, Kallikrein oder Kinenogen. Faktor 12a kann den Faktor 11 zu 11a spalten. Faktor 11a kann den Faktor 9 zu Faktor 9a spalten. Zusätzlich kommt es zu einer Aktivierung von Faktor 8 zu Faktor 8a durch Thrombin. Faktor 9a und Faktor 8a binden nun mit Calcium und Thrombozyten die sogenannte intrinsische Tenase, die wiederum den Faktor 10 zu Faktor 10a aktivieren kann. Betrachten wir nun den gemeinsamen Endweg von beiden intrinsischen und extrinsischen Wegen. Zu Beginn der gemeinsamen Endstrecke steht die Aktivierung von Faktor 10 zu Faktor 10a durch die intrinsische und extrinsische Tenase. Faktor 10a bildet nun mit Faktor 5a die sogenannte Prothrombinase. Faktor 5a wird zuvor durch Thrombin aus Faktor 5 hergestellt. Die Prothrombinase bestehend aus 10a, 5a, Calcium und Thrombozyten kann nun, wie der Name schon sagt, Prothrombin spalten und zu Thrombin synthetisieren. Thrombin wiederum stellt aus Fibrinogen Fibrinmonomere her. Zusätzlich kann Thrombin, wie wir bereits vorher gesagt haben, den Faktor 5 zu 5a aktivieren und den Faktor 13 zu Faktor 13a aktivieren. Der Faktor 13a, spielt nun die entscheidende Rolle am Ende dieser gemeinsamen Endstrecke und verknüpft mehrere Fibrinmonomere kovalent zu einem Fibringerinnsel, das nun mit den Thrombozyten gemeinsam den roten Thrombus bilden kann. Hier noch einmal das Ganze vereinfacht übersichtlich dargestellt. Ein Großteil dieser plasmatischen Gerinnung findet auf der Oberfläche von Thrombozyten statt. Hier sehen wir vereinfacht dargestellt ein Thrombozyt, der mit seinen Phospholipiden, die negativ sind und eine Carboxylgruppe oben haben, über Calcium-Ionen, die positiv geladen sind, wiederum an die negativ geladenen Faktoren bindet. Die Faktoren sind negativ geladen, weil sie ebenfalls eine CO-Gruppe an ihrer Außenseite haben. Die Faktoren geraten somit in eine räumliche Nähe zueinander und können sich gegenseitig spalten und somit aktivieren. Nicht jeder Faktor hat von Geburt an diese negativ geladenen CO-Gruppen an seiner Außenseite. Damit diese CO-Gruppen an die Faktoren kommen, benötigt man Vitamin K. Vitamin K kann über verschiedene Schritte an die Gerinnungsfaktoren 10, 9, 7, 2, Protein C und Protein S diese CO-Gruppen anheften. Die CO-Gruppen werden an die Glutamatreste von den Gerinnungsfaktoren angeknüpft. Deswegen bezeichnet man diese Faktoren auch als Glarfaktoren oder als Vitamin K abhängige Gerinnungsfaktoren. Das heißt ohne Vitamin K erhalten die Faktoren nicht diese negative Ladung und können somit nicht Antithrombozyten anheften. Das spielt pharmakologisch später eine wichtige Rolle. Bevor wir uns die pharmakologischen Hemmmöglichkeiten anschauen, betrachten wir jedoch zuerst die physiologischen Hemmmöglichkeiten. Damit man im Blutsystem ein Gleichgewicht aus Gerinnung und Nichtgerinnung, also Antikoagulation erreichen kann, benötigt man ein gegenregulierendes System. Dieses besteht hauptsächlich aus Protein C, Protein S, Antithrombin und Thrombomodulin. Antithrombin wird in der Leber hergestellt und hemmt Thrombin und Faktor 10a. Thrombomodulin sitzt auf den Endothelzellen und bindet Thrombin. Es reduziert somit die Verfügbarkeit von freiem Thrombin und aktiviert gleichzeitig Protein C und Protein S. Protein C und Protein S werden, wie wir eben schon gelernt haben, Vitamin K abhängig, in der Leber synthetisiert und hemmen den Faktor 5a und den Faktor 8a. Um eine unerwünschte Gerinnung zu verhindern, wie z.B. bei langen Liegezeiten im Krankenhaus oder nach einer vorherigen Lungenembolie, kann man nun pharmakologisch in verschiedenen Punkten dieser dargestellten plasmatischen Gerinnung eingreifen. Diese Medikamente nennt man Anticoagulantien. Im Gegensatz zu den vorher dargestellten Trombozytenaggregationshämmern wirken sie in Gefäßen mit einem langsamen Blutfluss, also hauptsächlich im venösen System. Man kann die Anticoagulantien in nicht-orale und orale sowie in indirekte und direkte Anticoagulantien einteilen. Zu den nicht-oralen Anticoagulantien gehören die Heparine und die Herodine. Zu den oralen indirekten Anticoagulantien gehören die Vitamin-K-Antagonisten und zu den oralen direkten Anticoagulantien gehören die neuen oralen Anticoagulantien. Schauen wir uns nun den Wirkmechanismus der einzelnen Gruppen an. Die Heparine gehören wie gesagt zu den nicht-oralen Anticoagulantien, d.h. sie werden hauptsächlich subkutan oder intravenös verabreicht. Heparine sind lange Polysaccharid-Ketten, die sich an das Antithrombin und an das Trombin bzw. an Antithrombin und Faktor 10a dranlegen. Somit wird die Hemmwirkung von Antithrombin an Trombin und Faktor 10a um das bis zu 1000-fache verstärkt. Es kommt somit letztendlich zur Inaktivierung von Trombin und Faktor 10a. Zu den oralen Anticoagulantien gehören die Vitamin-K-Antagonisten. Vitamin-K haben wir eben schon gelernt, führt zu einer Verknüpfung von der CO-Gruppe an die Gerinnungsfaktoren 10, 9, 7 und 2 sowie am Protein C und Protein S. Comarina hemmen nun die Vitamin-K-Reduktase bzw. die Vitamin-K-Epoxid-Reduktase und verhindern somit eine Funktion von Vitamin-K als wichtigen Co-Faktor in diesem Schritt. Die Karboxylierung von den Faktoren kann somit nicht erfolgen und eine Gerinnungshemmung wird erreicht. Die letzte Wirkstoffgruppe der oralen Anticoagulantien sind die sogenannten 9-oralen Anticoagulantien auch als NOACs bezeichnet. Hierzu gehören die direkten Trombininhibitoren und die direkten Faktor 10a-Inhibitoren. Schauen wir uns nun die Gruppe der nicht-oralen Anticoagulantien, also der Anticoagulantien, die nicht-oral verabreicht werden, wie der Name schon sagt, etwas genauer an. Sie werden hauptsächlich Subgutan, also mittels Spritze oder intravenös, also mittels Perfusor, verabreicht. Zu der Gruppe der nicht-oralen Anticoagulantien gehört unfraktioniertes Heparin, fraktioniertes Heparin, synthetisches Heparin, sogenannte Heparinoide, Herodin, das auch aus Blutegeln gewonnen wird und synthetische L-Aginin-Derivate. Schauen wir uns nun das unfraktionierte Heparin etwas genauer an. Heparin ist eine längere Polysaccharid-Kette, die die Hemmwirkung von Antitrombin gegenüber Trombin und Faktor 10a um das bis zu 1000-fache verstärkt. Da es eine sehr lange Kette ist, kann es auch als hochmolekular bezeichnet werden. Der Wirkstoff der unfraktionierten Heparine ist ganz einfach Heparin. Zur Überwachung, ob das Heparin richtig dosiert ist und gut wirkt, kann man die partielle Thromboplastinzeit, kurz PTT nutzen. Heparin wird einerseits zur Thromboseprophylaxe eingesetzt, hier wird es subkutan verabreicht und andererseits auch zur Therapie von Lungenembolien beispielsweise eingesetzt. Hier muss es intravenös mit Hilfe von einem Perfusor gegeben werden. Kommt es beim Einsatz von Heparin zu sehr starken Blutungen, kann man Protamin als Antidot geben. Protamin Heparin antagonisiert Heparin zu 100% und kann somit wieder zu einer normalen Blutgerinnung führen. Unfraktionierte Heparine werden eher in Notfallsituationen und bei Niereninsuffizienz verabreicht. Schauen wir uns nun die fraktionierten Heparine an. Wir sehen hier, dass die fraktionierten Heparine fraktioniert, also geteilt, wesentlich kürzer sind als die unfraktionierten Heparine. Sie werden daher hauptsächlich als niedermolekular bezeichnet. Aufgrund der kurzen Länge der fraktionierten Heparine können sie nur die Wirkung von Antitrombin gegenüber dem Faktor 10a verstärken. Thrombin wird also nur durch unfraktionierte Heparine gehemmt, der Faktor 10a wird durch fraktionierte und unfraktionierte Heparine gemindert. Die fraktionierten Heparine werden hauptsächlich im ambulanten Setting eingesetzt, da sie subkutan und nicht mittels perfuso intravenös gegeben werden. Der Nachteil ist jedoch, dass sie nur mit Brutamin zu 50% antagonisiert werden können. Unfraktionierte Heparine werden somit zu 100% durch Brutamin antagonisiert, fraktionierte lediglich zu 50%. Die Wirkstoffe der fraktionierten Heparine ist Dalteparin, das den Handelsnamen Fragmin trägt, und Enoxaparin, das auch unter dem Handelsnamen Kleksane bekannt ist. Nebenwirkungen der fraktionierten und unfraktionierten Heparine sind relativ ähnlich. Hierzu gehört hauptsächlich allergische Reaktionen, HIT, die sogenannte Heparin-induzierte Thrombopenie, auf die wir gleich genauer eingehen werden, und Osteoporose. Fraktioniertes Heparin hat die Besonderheit, dass es bei Niereninsuffizienz nicht ausgeschieden oder abgebaut werden kann und somit im Kreislauf akkumuliert. Daher ist es bei Niereninsuffizienz kontraindiziert und eine Umstellung auf unfraktionierte Heparine sollte erfolgen. Betrachten wir nun die gemeinsame Nebenwirkung, die Heparin-induzierte Thrombocytopenie, kurz HIT. Es gibt zwei verschiedene Arten der HIT, einmal die HIT I und die HIT II. Bei der HIT I hat man eine direkte Interaktion zwischen Heparin und Thrombocytopenie. Somit kann es zu einem Abfall der Thrombocytopenie kommen. Dieser Abfall ist jedoch im Verhältnis zur HIT II relativ gering ausgeprägt. Dafür ist die HIT I mit 10 bis 20 Prozent wesentlich häufiger als die HIT II. Komplikationen sind bei der HIT I relativ selten und daher ist eine Therapie oder eine pharmakologische Umstellung relativ selten notwendig. Die HIT II im Vergleich zu HIT I ist wesentlich gefährlicher, da hier Antikörper gegen den Plättchenfaktor 4, der auf dem Thrombozytensitz gebildet wird. Die Thrombozyten verklumpen somit und bilden einen Thrombus und können somit zu Thrombombolien führen. Der Thrombozytenabfall ist bei der HIT II wesentlich stärker ausgeprägt als bei der HIT I. Es kann zu einem Abfall von bis zu unter 100.000 Thrombozyten kommen. Bemerkt man eine HIT II, sollte man die Therapie sofort auf Dana-Paroid umstellen und das Heparin absetzen. Unfraktionierte Heparine führen wesentlich häufiger zu einer HIT II als niedermolekulare Heparine. Die Heparine haben nicht nur gemeinsame Nebenwirkungen, sondern auch gemeinsame Indikationen. Man kann einmal unterteilen in Prophylaxe und Therapie. Die Prophylaxe erfolgt vor allem in geringen Dosierungen. Sie wird insbesondere bei der perioperativen Immobilisation zur Thromboseprophylaxe eingesetzt. Mittel der Wahl sind hier niedermolekulare Heparine, da sie wesentlich weniger Nebenwirkungen haben. Bei Niereninsuffizienz sollte man jedoch aufgrund der Kontraindikation unfraktionierte Heparine anwenden. Die Therapie erfolgt in höheren Dosierungen. Indikationen für eine therapeutische Dosierung von Heparin sind Vorhofflimmern, Lungenembolien, akutes Koronarsyndrom, ein mechanischer Klappenersatz oder eine Dialyse. Insbesondere wird unfraktioniertes Heparin intravenös gegeben. Fraktioniertes Heparin wird meistens subkutan gegeben. Allerdings ist es auch weiterhin auch bei der Therapie bei Niereninsuffizienz kontraindiziert. Bei Schwangerschaft sollte man immer Heparine geben. Andere Anticoagulantien sind kontraindiziert bei Schwangerschaft. Schauen wir uns nun einmal unfraktioniertes und niedermolekulares Heparin im Vergleich an. Unfraktioniertes Heparin wird hauptsächlich intravenös mittels Perfusor verabreicht. Niedermolekulares Heparin wird subkutan begeben. Unfraktioniertes Heparin ist zu 100% mit Protamin antagonisierbar, niedermolekulares nur zu 50%. Eine Laborkontrolle, das heißt eine Wirkkontrolle, erfolgt bei unfraktioniertem Heparin mittels aktivierter Parzeller Thromboplastinzeit, bei niedermolekularen mittels Antifaktor-10a-Kontrolle. Nebenwirkungen sind bei unfraktioniertem Heparin wesentlich häufiger. Eine H2 tritt ungefähr zehnmal häufiger auf. Indikationen sind bei unfraktioniertem Heparin Notfälle oder Patienten mit einer Nierenunsuffizienz, bei niedermolekularen Heparin besteht die Indikation hauptsächlich im ambulanten Setting zur Thromboseprophylaxe. Neben dem unfraktionierten und dem fraktionierten Heparin haben wir noch einige andere Heparine- oder Heparin-ähnliche Wirkstoffe. Zu den synthetischen Heparin gehört vor allem von der Parinux. Dieses bindet an Antithrombin und führt zu einer selektiven Faktor-10a-Hemmung. Es wird hauptsächlich subkutan angewendet. Nebenwirkung kann eine Thrombozytopenie sein. Weiterhin haben wir die Heparinoide, die ebenfalls an den Faktor-10a binden und subkutan verabreicht werden. Ein Heparinoid ist Danaparoid. Dieses kann bei H2 angewendet werden. Eine Nebenwirkung ist die Exerzervation eines Asthmas. Weiterhin gibt es das sogenannte rekombinante Herodin. Hierzu gehört Herodin, das als Nebenwirkung zu Allergie und Fieber führen kann. Im Gegensatz zu den vorher genannten führt es zu einer direkten Hemmung von Thrombin. Es wird intravenös verabreicht. Zu den synthetischen L-Aginin-Derivaten gehört Agathroban, das ebenfalls Thrombin direkt hemmt und intravenös gegeben wird. Ein Großteil der Heparine wirkt, wie wir gesehen haben, abhängig von Antithrombin. Bei einer verminderten Antithrombin-Konzentration, z.B. beim Nephrotischen Syndrom oder bei Leberinsuffizienz, ist die Wirkung von Antithrombin somit gemindert. Die Heparine können nicht die starke antikoagulatorische Wirkung ausüben, wie sie es sonst tun. Betrachten wir nun die Gruppe der oralen Antikoagulantien. Zu diesen gehören die Vitamin-K-Antagonisten, die auch als Comarine bezeichnet werden. Die Comarine sind unselektive, kompetitive Vitamin-K-Antagonisten. Das heißt, sie hemmen letztendlich die Synthese von den Faktoren 10, 9, 7 und 2, sowie von Protein C und Protein S. Sie werden zur Thromb-Embolie-Prophylaxe, bei valvulärm Vorhofflimmern, nach Klappenersatz, nach Lungenembolie, bei einer tiefen Beinvedenthrombose oder bei längerer Immobilisation, wie z.B. im Krankenhaus eingesetzt. Die Kontrolle der Wirkung von Vitamin-K-Antagonisten erfolgt mittels des INRs. Zu Beginn einer Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten muss man ein Bridging mit Heparin machen, bis der INR bei 2 angelangt ist. Wie bereits erwähnt, hemmen Comarine die Synthese von den Gerinnungsfaktoren und von Protein C und Protein S. Protein C und Protein S haben eine kürzere Halbwertszeit im Plasma und sind somit relativ schnell aus dem Blut verschwunden. Aufgrund des Vitamin-K-Antagonismus können diese nicht neu gebildet werden. Die gewünschte Hemmung der Gerinnungsfaktoren, um eine Antikoagulation zu erreichen, erfolgt jedoch erst später nach ca. 3 Tagen. Daher überwiegt zu Beginn der Therapie die prokoagulatorische Wirkung der Gerinnungsfaktoren. Man sollte daher zu Beginn zusätzlich Heparine zu den Vitamin-K-Antagonismen verschreiben, um die Koagulation zu verhindern. Da Vitamin-K bei Blutung sehr schlecht steuerbar ist und schlecht antagonisiert werden kann, stellt man bei Patienten, die eine Operation haben, die medikamentöse Therapie von Vitamin-K-Antagonismen für die Zeit der Operation auf Heparin um. Das Ganze läuft wie folgt ab. Der Patient befindet sich normal unter Comarin-Therapie und hat in der nächsten Woche eine geplante Operation. Nun setzt man einige Tage vor der Operation das Comarin oder die Vitamin-K-Antagonisten ab und beginnt die Antikoagulation mit Heparin. Heparin wird nun bis kurz vor der Operation gegeben, für die Dauer der Operation abgesetzt und nach der Operation wieder angesetzt. Nun möchte man den Patienten wieder zurück auf seine ursprüngliche Therapie mit Vitamin-K umstellen. Da Vitamin-K-Antagonisten, wie wir eben schon gelernt haben, zu Beginn jedoch eine prokoagulatorische Wirkung haben, muss man mehrere Tage, bis der INR2 ist, zusätzlich zu den Comarinen Heparin geben. Heparin schleicht man nun langsam aus und hat am Ende wieder die alleinige Comarin-Therapie. Die Nebenwirkungen der Vitamin-K-Antagonisten sind sogenannte Comarin-Nikosen, durch die Tromp-Embolie-Neigung zu Beginn bestehen und ein erhöhtes Blutungsrisiko bei schlechter Steuerhörbarkeit. Bei einer Blutung unter Vitamin-K-Antagonisten kann man Vitamin-K geben und zusätzlich Prothrombin-Konzentrate verabreichen. Kontraindikationen sind Schwangerschaft, Leberinsuffizienz, Nierenunsuffizienz und eine erhöhte Blutungsneigung. Wirkstoffe, also Comarine, ist einmal Phenoprochomon, auch unter dem Handelsnamen Makumar bekannt, und Waffarin. Diese halten nach Absätzen noch weitere 7-10 Tage. Zu den weiteren oralen Anticoagulantien gehören die sogenannten neuen oralen Anticoagulantien NOACs. Auch sie werden zur Tromp-Embolie-Prophylaxe nach einer tiefen Beinvenenthrombose, nach einer Lungenembolie, bei Immobilisation und bei Vorhofflimmern eingesetzt. Sie können auch zur Therapie von einer Lungenembolie oder von einer tiefen Beinvenenthrombose angewendet werden. Gemeinsame Nebenwirkungen sind ein erhöhtes Blutungsrisiko. Gemeinsame Kontraindikationen sind eine starke Blutungsneigung, schwere Nierenunsuffizienz oder eine schwere Leberinsuffizienz. Zu den direkten Trombin-Inhibitoren gehört Derbigatran. Zu den direkten Faktor-10a-Inhibitoren gehört Apixaban und Rivaroxaban. Nun das Ganze noch einmal kurz zusammengefasst. Die nicht-oralen Anticoagulantien kann man therapeutisch, also hochdosiert, oder prophylaktisch, also niedrig dosiert, anwenden. Die therapeutische Gabe erfolgt bei Vorhofflimmern, Thrombosen- und Lungenembolie, akutem Coronasyndrom und mechanischem Klappenersatz. Hier kommt vor allem unfraktioniertes Heparin aufgrund seiner Antagonisierbarkeit zum Einsatz. Die prophylaktische Gabe erfolgt zur Thrombose-Prophylaxe bei längerer Immobilisation. Bevorzugt wird fraktioniertes Heparin aufgrund des geringeren Risikos einer HIT2 angewendet. Die oralen Anticoagulantien werden überwiegend zur Prophylaxe gegeben. Vor allem werden sie zur Thromb-Embolie-Prophylaxe bei Vorhofflimmern, nach einer Lungenembolie, nach einer tiefen Beinvenenthrombose und bei längerer Immobilisation verabreicht. Man sollte die Kombination mehrerer Anticoagulantien möglichst vermeiden, da das Blutungsrisiko sehr stark erhöht wird. Bei Patienten mit einer Nieren- und einer Leberinsuffizienz gilt aufgrund einer Wirkungsabschwächung und einer Verstärkung besondere Achtung. In der Schwangerschaft sollte man nur Heparin verschreiben, da die anderen Anticoagulantien kontraindiziert sind. Alle Anticoagulantien führen zu einer erhöhten Blutungsneigung. Daher sollten sie bei Patienten, die eine erhöhte Gefahr für lebensgefährliche Blutungen aufweisen, wie zum Beispiel Magenulzerer oder sehr hohen Blutungswerken, nur bedingt eingesetzt werden. Wichtige Nebenwirkung der Heparine ist die HIT2. Diese führt zu einer Thrombozytopenie und zu einer folgenden Gerinnungsneigung. Beeintreten dieser sollte man sofort Heparin absetzen und auf seiner Paroid umstellen. Bei Beginn einer Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten gilt es Heparine zu geben, um Comarin-Nekrosen zu vermeiden. Die neuen oralen Anticoagulantien sind gut steuerbar, allerdings kann man die Wirkung nicht überprüfen und es liegen nur geringe Erfahrungswerte zu diesen vor. Das war das Video zu Anticoagulantien.